Hallo und herzlich willkommen zu Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrum Bunker. Heute geht es um geklonte menschliche Embryonen, die gerade in der Presse rauf und runter gereicht werden. Zum Anfang die schlechte Nachricht. Die Geschichte ist eigentlich gar nicht neu. Geklonte menschliche Embryonen gibt es seit 2008. Das Neue an der Sache ist, dass die Forscher eine biologische Sperre überwunden haben, die sie bis jetzt daran gehindert hat, embryonale Stammzellen aus den Klonembryonen zu gewinnen. Und damit kann man jetzt eben auch diese Embryonen in eine Gebärmutter einpflanzen und theoretisch bis zur Geburt austragen, worüber sich alle Leute tierisch aufregen. Man kann jetzt nämlich zum Beispiel Hitler-Klonen. Gut, der Haken an der Sache ist, wir haben gar kein genetisches Material von Hitler, aus dem wir ihn klonen könnten, aber von solchen kleinen Feinheiten lassen wir uns ja nicht aufhalten, wir haben schließlich einen veritablen ethischen Dammbruch an der Hand. Warum eigentlich? Was ist an geklonten Menschen im Prinzip so furchterregend? Was dahinter steht, ist im Grunde nicht mehr als ein primitiver Biologismus. Zur Not könnt ihr euch das von allen Philosophen erklären lassen, der Mensch ist eben mehr als nur die Summe seiner Gene. Auch ein geklonter Mensch ist ein vollwertiges Individuum und von einem natürlich gezeugten Mensch nicht zu unterscheiden mit seinen eigenen Träumen und Wünschen und Talenten und Fehlern. Dessen ungeachtet kommen jetzt in allen Kommentarspalten die Schwachirnner aus den Löchern und fabulieren was von rechtlosen geklonten Sklavenarmeen, die für irgendwelche bösen Unternehmen in den Fabriken schuften. Da habe ich eine schlechte Nachricht für euch, diese rechtlosen Sklavenarmeen gibt es schon ganz ohne Klone. Zum Beispiel stellen sie in Bangladesch eure Hosen her oder sie graben in Zentralafrika die Mineralerze aus dem Boden, die wir für unsere Handys oder Digitalkameras brauchen. Für rechtlose Sklaven braucht man keine Klone, von denen gibt es Millionen Klonen überall auf der Welt. Warum sollte man sie teuer und aufwändig im Labor produzieren? Oder anderes Beispiel die große unbesiegbare Klonarmee aus Star Wars. Der Haken an der Sache ist, Klonen erzeugt lediglich eine genetische Kopie. Das heißt, wenn man eine große Armee aus unbesiegbaren Supersoldaten klonen möchte, muss man zuerst mal als Vorlage einen unbesiegbaren Supersoldaten nirgendwo herbekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Suchen. Und abgesehen davon kann man eigentlich nur betonen, auch ein geklonter Hitler hätte eben nicht das angeborene Bedürfnis, direkt nach dem Frühstück mal eben in Polen einzufallen und auch ein geklonter Albert Einstein würde wahrscheinlich eher Schuhverkäufer werden als noch mal theoretischer Physiker. Da liegt eben auch das Problem mit den Designer-Babys, vor denen sich alle so fürchten. All die tollen Dinge, die Eltern bei ihren Kindern so gerne hätten, z.B. mathematische Begabung oder einfach Intelligenz oder dieses oder jenes Talent, dafür gibt es keine einzelnen Gene, die man einfach ausschneiden und irgendwo einbauen kann und dann haben wir den neuen Albert Einstein zur Hand, sondern all diese Eigenschaften sind im Genom sehr komplex angelegt. Wie das funktioniert, weiß man heutzutage noch überhaupt nicht und noch viel weniger, wie man jetzt das in irgendeiner Weise in irgendwelchen Babys designen kann. Und dann ist natürlich nochmal eine völlig andere Frage, was ein solcher Designer-Mensch dann aus der Veranlagung in den Genen überhaupt macht. Es ist einfach so, genetischer Determinismus ist Quatsch. Man kann Menschen nicht kopieren, man kann Menschen nicht designen. Damit muss man sich abfinden. Das ist gut so. Ja, und was ist mit den ganzen tollen medizinischen Anwendungen der Stammzelltechnologie, die dieses Ergebnis versprechen soll? Ja, das Problem daran ist einfach, das Ergebnis kommt zehn Jahre zu spät. Die embryonalen Stammzellen waren vor zehn Jahren interessant, aber heute haben wir die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Eine andere Technologie, eine einfachere Technologie, die seit zehn Jahren erforscht wird und auch einen entsprechenden Vorsprung in den medizinischen Anwendungen vor den embryonalen Stammzellen hat. Also im Grunde sind die Pressemeldungen über diesen Klonfortschritt so ein bisschen so, als wenn jetzt auf einen Titelseiten die Schlagzeile auftauchen würde. Wissenschaftler entwickeln ein Telefon, das ins Internet kann. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschafts-Video-Cast aus dem Spektrum-Bunker.